Willkommen zu den heutigen Vivi-News, großartigen News von Disney, denn wir sehen Aladdin und auch den Genie als Collectible auf der Vivi-App unter anderem. Schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Comic-Job nochmal ganz genau an und ich habe eine sehr wichtige Sache zu ergänzen zu meinem letzten Video, das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es dein Captain, dein Vivi-OG mit den wichtigsten Vivi-News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest und heute auf jeden Fall mit einer Menge spannender News, deswegen würde ich auch sagen, starten wir direkt rein ins Video. Als erstes muss ich eine ganz wichtige Ergänzung zu meinem letzten Video machen, denn im Nachhinein ist mir nochmal aufgefallen, dass ich tatsächlich an einem Punkt ja nicht so ganz korrekt war und das wollte ich jetzt einfach bei diesem Video gerne korrigieren. Ich habe gesagt, dass dieser Stift, der grüne Stift bis zum jetzigen Zeitpunkt sehr 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 rar ist bzw. ja sogar der rareste unter den gesamten Stiften ist. Das liegt aber zu einem Teil auch daran, dass bis zum jetzigen Zeitpunkt der Drop nicht ausverkauft ist und das habe ich zum Zeitpunkt des Videos. Nicht im Kopf gehabt und deswegen hier auf jeden Fall nochmal die Korrektur. Am 4. Oktober wird hier nochmal ein Snapshot kommen und alle Leute, die nach dem letzten AirDrop gekauft haben, werden dann ihre restigen Stifte bekommen am 9. Oktober. Das heißt, wir werden am 9. Oktober dann wirklich sehen, wie viele Stifte es insgesamt geben wird. Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist es tatsächlich auch noch relativ in Ordnung. Der Preis ist sogar etwas gestiegen. Wir sind jetzt knapp bei 22 Gems Floor Preis. Ob der ganze Panzer tatsächlich doch seltener sein könnte als der rote, das werden wir dann rausfinden. Aber das wollte ich auf jeden Fall klarstellen, dass es bis jetzt auf jeden Fall der rareste ist. Aber hier nochmal auf jeden Fall eine große Menge eventuell hinzukommen könnte, was ihn dann nicht mehr zum raresten macht und damit auch natürlich einen großen Allplus auf den Preis hat. Ihr habt es gerade eben auch schon im Intro gehört. Wir sehen Aladdin als Collectible auf der VW App und das ist am Freitag um 17. Deutzer Zeit mit insgesamt drei Collectibles. Eins davon wird unter anderem der Genie sein. Und mit diesem fünften Disney Drop in Folge sehen wir jetzt auch hier den fünften Pencil. Und zwar nämlich diesen blauen Pencil, der wiederum dann dafür verwendet werden kann, hier diesen Animation Desk zu craften. Und dort sind ja die Mythen und auch die Theorien weit verstreut, was man damit machen kann. Viele sagen, damit kann man nichts machen. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass man mit diesem Animation Desk etwas machen kann. Unter anderem liegt es ja tatsächlich auch relativ nah. Animation Desk könnte dafür nützlich sein, dass man mit diesem Desk Animationen einem Collectible hinzufügen kann oder ändern kann. Aber dort sind natürlich auch die Theorien weit verstreut. Deswegen schreibt mir auf jeden Fall auch sehr gerne deine Theorie zu dem Animation Desk gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was du für Ideen hast. Aber hier ist es auf jeden Fall sehr, sehr fraglich, was man bis dahin damit machen kann. Aber wenn dieser fünfte Stift draußen ist und das ist ein entscheidender Punkt, ist es möglich, diesen Animation Desk zu craften. Bis zum 31.12., das heißt bis Ende des Jahres, kann man diese Stifte hier benutzen, um den Animation Desk zu craften. Ich persönlich werde schauen, ob ich mir tatsächlich sogar einen crafte, da ich darauf spekuliere, dass hier auf jeden Fall dieser Animation Desk doch tatsächlich etwas kann. Ich werde mir auf jeden Fall alle fünf Stifte holen und dann versuchen, hier auf jeden Fall diesen Tisch zu craften. Aber schreib mir auf jeden Fall gerne auch deine Strategie dazu unten in die Kommentare. Ansonsten noch eine ganz kurze Ergänzung zu dem Genie bzw. zu dem Aladdin Drop. Ihr seht es jetzt gerade auch hier schon im Hintergrund. Wir sehen den Genie und das ist wirklich meiner Meinung nach eine fantastische Animation, die wir hier vom Genie sehen werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich persönlich sogar fast die beste Animation, die wir zum momentanen Zeitpunkt in der Vivi App haben. Mit dem Feuerwerk und so weiter und so fort. Bin ich einfach klasse. Ich bin sehr gespannt, was für Animationen wir noch sehen werden in Zukunft. Aber solche Animationen gefallen mir sehr, sehr gut. Schreib mir auch gerne deine Meinung dazu in die Kommentare. Und jetzt schauen wir uns den nächsten Comicjob noch an und zwar nämlich Captain America Hashtag 1 aus dem Jahre 2004. Und hier sehen wir auch die First Appearance of the Winter Soldier. Bucky Banas im Prinzip. Und wir sehen tatsächlich hier das Ganze am Dienstag um 17. deutscher Zeit. Natürlich wie immer im Waitlist Format. Unter anderem haben wir hier natürlich wieder immer auch exklusive Rare wie auch Ultra Rare Cover mit dabei. Bei mir persönlich sagen die jetzt nicht wirklich zu. Deswegen für mich persönlich erstmal auch ein Skip. Unter anderem haben wir einen Listenpreis von warum auch immer 10 Gems und eine Editionzahl von 10.000 Stück. Ich persönlich verstehe jetzt hier irgendwie nicht so wirklich, warum der Listenpreis angehoben wurde. Aber daran können wir leider ziemlich wenig ändern. Nichtsdestotrotz ist es auch noch ein anderer Grund, warum ich den Job nicht mitnehme. Dass die Preise auf GoCollect nicht gerade hoch sind. Ihr seht jetzt hier für 9.8 gerade mal 75 Dollar. Und dementsprechend ist das Ganze für mich persönlich jedenfalls ein Skip. Ansonsten war es das jetzt an dieser Stelle mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig über ein Like von dir hier unter diesem Video freuen. Und ansonsten bedanke mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen. Und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und bis dann ihr Käpt'n. Ciao, ciao.